herzlich willkommen auf unserem youtube-kanal klimawissen online aus erster hand wir begrüßen heute unseren referenten magister christian salmhofer vom klimabündnis kärnten ich stelle ihn kurz vor damit alle wissen um wen es sich da handelt der christian salmhofer der beschäftigt sich seit 1987 schon mit dem klimawandel beginnend mit eisbohrkernen und klimamodellen hat er sich beschäftigt das thema klimagerechtigkeit stand am balzer mittelpunkt seiner arbeit und er zeigt auf basis einer globalen ethik die probleme nationaler klimabilanzen und klimapolitik und sein gegenwärtiger tätigkeitsschwerpunkt ist das eben das thema klimawandel am beispiel ernährungssystem aber auch das thema klima und migration ist eines mit dem er sich beschäftigt heute spricht aber über die ernährung der blinde fleck des klimaschutzes heißt der vortrag und worum geht es da falsche ernährung die gefährdet ja nicht nur unsere gesundheit das wissen wir sondern auch unsere lebensgrundlagen das heißt die ressourcen unseres planeten und sein ganzes ökologisches klimatisches gleichgewicht vor allem wenn man bedenkt dass ein drittel der umwelt und klimabelastungen mit unserer ernährung zusammenhängen darüber wird jetzt die nächste halbe stunde für uns reden hat auch ein paar folien dafür vorbereitet und christian ich übergebe hier mit an dich sagt wieder danke begrüßt dich herzlich danke dass du wieder stehst und darf dich bitten mit deinem vortrag zu beginnen ja guten morgen es freut mich sehr dabei sein zu dürfen im virtuellen raum danke michel danke conny und danke an die 250 teilnehmer die ich jetzt nicht sehe also ich rede jetzt da in mein kastl rein ich werde mit powerpoint und bildern das thema begreiflich machen oder sichtbar machen und versuche euch sozusagen das thema anzureißen sehr sehr komplex und ich freue mich dann schon auf die fragerunde jetzt werde ich die powerpoint aufmachen damit man das alles richtig machen so müsste die die powerpoint ist jetzt da gut also jetzt genannt die ernährung der blinde fleck des klimaschutzes also christian vorerst sieht man die folien ansicht die einzelnen die präsentations ansicht sehe ich jetzt noch nicht vielleicht ein bisschen ein bisschen verzögert also ich sehe bei mir ist jetzt die folie da ist bei euch die folie sichtbar also ich glaube es sehen es sind glaube ich alle nur die die folien ansicht wo seitlich die habe ich werde noch einmal kurz da vielleicht probierst noch einmal zu starten wir noch einmal zu starten so danke ich einmal den task manager siehst du jetzt da das richtige also jetzt erzieht man den desktop von dir mit pdf jetzt möchte jetzt ein bisschen warte ich noch weil sie es immer etwas verzögert also ich sehe jetzt die powerpoint bei mir das erste blatt funktioniert nicht aber wir machen wollen deine dokumente genau wir machen folgendes christian machen wir es nachher gemeint es ist ja mit der technik ist es ja immer so wir haben es natürlich geübt und haben das letzte woche hat wunderbar funktioniert noch einmal also noch einmal das ist das kästchen verteilen das ist teilen kästchen nehmen im teams drinnen also zuerst müsstest du dass dieses teilen wieder beenden damit man mal den senden ist das wird jemand langweilig so dann probieren wir noch einmal dieses teilen ja da unten auswählen können die powerpoint präsentation genau ja wo wir das noch einmal und jetzt mache ich die bauwand auf lustig also baube mit geht bei mir jetzt auf ja lustigerweise sieht man es bei uns heute nicht sehr interessant ganz was neues soll ich dir das per e mail schicken also alles das wird jetzt glaube ich zu lange dauern so warte mal lass mich mal überlegen was wir jetzt schon auf die schnelle machen machen wir gehen noch einmal machen wir einmal entschuldige an alle bitte einfach zwei drei minuten jetzt 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 machen was jetzt sieht man zumindest die folien ansicht was christian wir machen sie mal so volle ansicht warte mal war da sekunde jetzt ja jetzt schaut gut aus siehst du was man sieht ja danke du kannst du siehst du was immer da war es ist gelöst so also wir starten jetzt schnell an und beginnen eben mit dem vortrag die ernährung der blinden fleck des klimaschutzes und ich möchte am anfang so ein bisschen leicht philosophisch beginnen weil wir haben ja gerade die corona krise also die pandemie und diese ausgerüstet werden im virus und den virus kann man auch nicht sehen und der virus hat auch den charakter dass sich weltweit verteilt also jeder staat auf der welt ist mit diesem virus beschäftigt und der klimawandel hat das ähnliche problem er verteilt sich gleichmäßig um die erde das klima ist weltweit verteilt und man sieht die klimagase die treibhausgase nicht das klima ist also die makro ebene und jetzt sind wir mit dieser mini ebene corona beschäftigt aber es ist ein globales problem und so gesehen haben jetzt einen planeten und zwei krisen aber diese erkenntnis ist sehr wichtig damit man einfach sieht wie die dinge zusammenhängen das ist für uns glaube ich sehr wichtig für die nächsten 100 jahre ich selbst bin jetzt ja nicht so ein geborener klimaexperte also niemand wird als klimaexperte geboren ich habe eben zufällig auf der uni themen bekommen weil ich bin oft zu spät gekommen und dann habe ich war ich klimaexperte 1992 dann sie zu mir gesagt ich soll rausgehen und über klima referieren in der gemeinde ich tue mir schwer ich bin ja ein konsument also wie soll ich die welt verbessern weil jeden tag bin ich eigentlich einer der gar nicht so gute sachen macht ihr habt jetzt eben die milchschokolade die bananen damals sogar noch geraucht ich da war ich noch ziemlich blöd und dann textilien waschmittel da ist palmöl drinnen also ich habe damals noch gesagt ich bleibe entwicklungshilfe in österreich weil die große welt kann ich nicht verändern also ich versuche das vor ort dass man 92 ein tier in fürstenfeld vor der hausmauer dann bin ich nach kärnten ausgewandert habe dort versucht auch einiges zu ändern als entwicklungshilfe ich bin als verdreht banane herumgelaufen also ich habe wirklich viele dinge gemacht so im alltag da ist meine frau noch ins spiel gekommen die ist 2005 als asylwerferin gekommen dann habe ich müssen auch lernen dass die welt keine scheibe ist sondern die erde rund und das ist nicht sehr sehr schwierig wenn man eben plötzlich die probleme hier vor ort hat obwohl die tausende kilometer entfernt sind scheine mit scheinkind blablabla meine frau ist natürlich gescheiter wie ich diesen zwischen ärztin und erklärt mir auch immer wie man alles besser machen sollten und ich versuche jetzt euch ein bisschen das thema reinzubringen so wie ich sozusagen reingeschlittert bin und daher ist natürlich auch immer die werbung wichtig wenn jetzt in die schule geht es ist ganz wichtig dass man sozusagen sind nicht nur sinnerfassend lesen lernen sondern auch lernen wie geht die gesellschaft mit diesen produkten um da ich sehe jetzt zum beispiel ein steirisches scherzl eingepackt ich bin ein geborener weize da ist die fischbacher als foto hinten almenland meine frau müssen deutsch lernen und die hat mich dann halt gefragt ich verstehe das nicht so ganz da steht oben mit fleisch von ausgewählten bauern ist das kannibalismus oder so also was soll das eigentlich bedeuten mit co2 neutralen strom erzeugt steirisches herzloben naja es ist halt werbung dann hat sie mir auch gefragt ob in österreich das wirklich ist das bild auf austria ob der 80 prozentigen inländerung beinhaltet nein also das wird ganz selten gedrungen 80 prozentig alkohol man kann man muss wirklich genau hinschauen damit missverständnisse erkennen kann oder wie auch werbung funktioniert wird die reden uns ja sehr gut ein was man eigentlich tun sollen und das ist oft nicht so gut ich habe das irgendwie gelernt durch das viele lesen auf der uni und haben gedacht das sind so komplizierte sätze insgesamt führen eiweiß und fettreiche futtermittel zu geringeren mit bahnbildungsraten werden kohlehydrat und zellulose reiche nahrung hohe methan bildungsrat zur folge haben das waren so wissenschaftliche erkenntnisse ich war damals selber vegetarier und vegetarier tun ja ein bisschen mehr pforzen wie fleischösser weil man einfach mehr kilos sozusagen durch den stoffwechsel durchbringen muss und das fleisch eine sehr verdichtete form der nahrung ist aber es war irgendwie eigenartig weil mir dachte komisch weil was bedeutet das eine eiweiß fettreiche futtermittel das sind eben kraftfutter soja palmöl fischmehl also die tiere bekommen da was zum essen was vielleicht normalerweise gar nicht essen also eine kuh auf der wiese würde sicher eher gras essen und wenn man da eine säue hinlegt würde sagen natürlich was soll denn das und aber das ist eiweiß und fettreich und das ist in der massenerhaltung wichtig damit die eben schnell dick und fett werden oder viel milch geben und kohlehydrat und zellulose reiche nahrung was mehr methan also mehr rülpsen und pforzen nach sicht zieht das ist nichts anderes als wenn die kuh die auf der wiese steht weil zellulose ist nicht anders als wie gras da das kann ja nicht stimmen dass ein massenerhaltung klima mäßig besser ist wie eine kuh auf der wiese das war 1994 oder aufgrund dieser frage wenn auch da stimmt was nicht und inzwischen der klimawandel der ist ja ziemlich da also da geht es ziemlich rund muss ich sagen in den 90er haben noch viel diskutiert wie wird das ändert sich das klima wirklich und so weiter inzwischen sieht man es ganz praktikabel ein spitz bergen da hat man jetzt das ganze saatgut hin gerettet weil durch die vielen monokulturen und die landwirtschaft wird die arten vielfalt natürlich geringer und jetzt wird das saatgut in kühlanlagen also in einem minus 18 grad kühlschrank versteckt damit die nachfahren dann sozusagen dieses potenzial ausnutzen können wenn irgendwelche pflanzen krankheiten und ähnliches herum geistern in unserer gesellschaft so wird dieses virus ist ja auch eine folge von druck auf die natur dass die fledermäuse sozusagen im stress viren erzeugt haben die jetzt auf den menschen übergesprungen sind also sind immer kleine zusammenhängen und die haben 2000 dieses diesen kühlschrank gebaut und 2014 also war der erste wassereinbruch was die haben geglaubt da wird es immer eis sein permafrost aber der klimawandel in der arktis der geht so schnell voran dass jetzt sozusagen noch mehr kühlmittel aufbringen haben müssen weil eben es so plötzlich warm geworden ist und das zeigt natürlich schon wo der klimawandel überall auftaucht also nicht in österreich sondern weltwald kommt der planet unter stress wir haben seit 2015 am 21 10 die möglichkeit die erde jeden tag von außen anzuschauen also wir können uns einloggen zum satellit und sagen hallo erde wie geht's dir also wir können ein bisschen den außerirdischen spielen und dann sagt der planet ok passt und bei diesem foto das ich damals runtergeladen habe da sieht man die die wolken aber man sieht komischerweise so bräunliche wolken in der mitte das ist in indonesia malaysa sieht man die balbölbrände gern ich habe mir gedacht ich hätte nicht gedacht dass man die balbölbrände vom welt aus so deutlich sieht bei uns im fernsehen sieht man irgendwie menschen mit masken in in singapur oder sonst herumlaufen weil die luft so schlecht ist ein riesen smog und so weiter weil eben durch diese brände umweltverschmutzung oder luftverschmutzung entsteht und für mich ist nicht diese außen wahrnehmen nämlich auch ein bisschen die vollendung der globalisierung weil man sieht den planeten von außen unseren globus und jetzt gehen wir von diesem großen planeten auf den kleinsten kreislauf den ich so in der literatur gefunden habe und da gibt es gegen in china wo seit 4000 jahren die böen in ordnung sind also die haben keinen nährstoffverlust die haben mit keinem chemischen dünge mit gearbeitet die wissenschaftler fanden hin und sagen wir haben das geschafft seit 4000 jahren einen fruchtbaren boden zu erhalten was ist das für eine technik und da gibt es einen sehr interessanten grundlagensatz oder ein dogma jeder fremde habe herberge und speise zu bekommen doch man ließ ihn nicht gleich gehen vorher musste er sich erst auf dem gelände des gastgebers diskret verziehen zum düngen das kann man nicht aus unter sinne fassen lesen laufen lassen im deutscher unterricht weil der das noch nicht verstanden hat es geht darum dass die leute viel zu essen bekommen aber auch dort wieder aufs klo gehen damit die nährstoffe vor ort bleiben die haben eine eigene klo architektur entwickelt weil das klo ein sehr wichtiger ort ist in dieser kultur bei uns ist nicht anders wegen aufs klo spülen runter und kläranlage also wir haben das nicht mehr im blick das ist für uns eher über das redet man nicht aber es ist ein wichtiger grundfaktor dass die nährstoffe in einem kreislauf bleiben und jetzt müssen wir sozusagen von von der leitplanke der ganze planet und sozusagen der romantische lokale kreislauf wo man eben viel zu essen bekommt damit das nicht irgendwelche diätbirnen sind sondern wirklich ein fruchtiger nährstoff gehalt für den boden übrig bleibt ein prinzip der gastfreundschaft und bei uns ist eben die ernährung jetzt schon langsam ins gewissen gekommen in den 90er hat sich niemand interessiert aber mobilität und biomasse das war klimaschutz jetzt kommt das schon langsam in das öffentliche bewusstsein und man sagt jetzt ungefähr 20 viele sagen sogar 30 prozent also ein drittel der ganzen klimaprobleme oder klimakrise kann man auf die ernährung zurückführen also das gesamte ernährungssystem man sieht hier den ganzen haufen den man so essen als familie in einem jahr und natürlich jedes produkt wird erzeugt das kommt von woher und so weiter also diese dinge werden hier ein berechnung und dann gibt es verschiedene studien die versuchen uns das ein bisschen klarer zu machen und in österreich wird das eher so nebensäglich behandelt die schweizer haben eine interessante studie gemacht sie haben sie genannt a drew and a fair view also mit vielen studien von der eth zürich verglichen und dann haben die schweizer gesagt naja 60 prozent der schweizer umweltbelastungen fallen durch importe von wahren und dienstleistungen im ausland an also jetzt nicht in schweiz sondern sie kaufen ein so wie wir in supermarkt gehen aber die die umweltverschmutzung oder zerstörung ist gar nicht in schweizer und irgendwo anders auf der welt und 30 prozent davon ist der ernährung hinzugehörig das war für mich sehr überraschend in österreich wird nur gesagt sechs prozent landwirtschaft und da ist der verkehr und verkehr und dann mobilität und dann zu hause die wohnung und heizung aber die ernährung dass das so groß ist hat mich auch überrascht wie ist das und natürlich versteht man es wenn man daran denkt dass man eben futtermittel oder alles importiert dann tut man die sache veredeln zu einer wurst oder sonstwas oder käse und den tun wir wieder exportieren also wir machen ein bisschen gewinn auf kosten von anderen flächen auf dem planeten und jetzt habe ich eine grundsätzliche quizfrage weil wir tun ja die tiere immer bewerten wie viel methan sie emittieren also da werden riesige forschungsarbeiten gemacht immer wieder die lesbe in den medien wie böse eine kuh sein kann wenn sie zu viel rülpst und pforzt aber jetzt das tier ist genauso wie der mensch wir sind sozusagen eigentlich organisch gleich aufgebaut und niemand fragt eigentlich ja wie viel co2 atme ich eigentlich aus so im alltag und jetzt können wir euch fragen also jetzt machen wir das ein bisschen schneller also 700 gramm 7000 oder 7 und die antwort ist wir atmen im schnitt 700 gramm co2 pro tag aus und wenn man das jetzt nicht mal acht milliarden rechnet und der kronenzeitung schickt dann schreibt ihnen durch titelpack boah die menschheit emittiert pro tag so und so viele millionen tonnen methan das kann man dann in ch2 umrechnen und so weiter also wir würden da eigentlich sehr klimaschädlich wirken aber natürlich macht das niemand weil atmen ist sozusagen auch eine kreislaufgeschichte die frage ist eben nur was esse ich was verbrenne ich damit ich sozusagen im kreislauf bleibe nämlich einer der im bett liegt tut ein bisschen weniger co2 emittieren der der marathon läuft tut ein bisschen mehr emittieren also ich kann jetzt auch nicht sagen tut es euch wenig bewegen also es ist eine klimaschutzmaßnahme also man merkt schon da kommt mir ganz absurde denkweisen die moralisch ethisch in keinster weise vertretbar sind aber bei den tieren da tun wir das nicht relativ konsequent und da wird da umgerechnet ein kilo milch hat so und so viel methan und da gibt es dann fußabdruck und alle möglichen dinge also die menschen werden da sehr sehr verwirrt ja und ich sag halt immer naja wie soll das sein eine kuh die auf der wiese steht was soll die klimaschädlich sein die ist gras das ist kohlenstoff die ganze kubel steht ja aus kohlenstoff wasser und paar spure elementen dann wird das verarbeitet hinten fällt die flade auf den boden die boden lebewesen bauen damit den humus auf also die kuh steht ja nicht mit dem strohham auf dem feld und tut da irgendwie erdgas oder kohle rauszutzeln also oder kohlesteine abschlecken sondern das sollte man eigentlich gegen null rechnen die frage ist ja nur wie viele kühe stehen auf der wiese wenn auf einem hektar sozusagen eine kuh steht ist das ökologisch vertretbar das fleisch ist super also da kann man nicht irgendwie sagen gut oder schlechtes klima sondern das ist null genauso wie ich wenn ich das nesse und pforze oder sonst was das ist sozusagen ein natürlicher kreislauf die frage ist eben woher kommt kommen die vor sagt die dinge davor und das ist natürlich dann oft schon sehr verrückt auch da sieht man auch als es nicht dass die schüler oder wer irgendwie nicht richtig reagieren sondern auch die erwachsenen sind teilweise auf sehr dämlichen pfaden unterwegs 2010 haben die australe bei den klimaverhandlungen da gibt es ja solche ziele man nennt das kyoto ziele und jeder staat sagt dann dort bei den internationalen klimakonferenzen wir werden das klimaziel zu erreichen wir werden gase einsparen indem wir die und die maßnahmen machen werden und australien sind gekommen haben sie hingesetzt bei der verhandlung sagt ja wir bringen alle kamele in australien um und werden so die klimaziele erreichen jetzt sind nicht die anderen staaten gesessen was ist jetzt los was ist in australien gibt es kaum alles und kängurus aber mit kamele haben wir noch wenig zu tun gehabt im biologieunterricht hat man das auch noch keiner erzählt gut was ist passiert in die australien haben die afghanen nach australien geräut für den eisenbahnbau die haben ihre tragt ihre in der wüste die waren gut trainiert für das outback haben die kamele mitgenommen die afghanen sind dann nach nach hause geschickt worden nachdem die eisenbahn fertig waren in den outback also durch australien und die kamele sind sozusagen zurückgeblieben und haben sich im outback vermehrt jetzt gibt es eine million kamel in australien die natürlich wiederkeuer sind und in diesem sinne natürlich auch methan rülpsen und ein kamel emittiert pro jahr ungefähr umgerechnet in co2 eine tonne und wenn man die jetzt einmal umbringt dann kann man sagen okay für mathematikunterricht ganz nett so und so viel tonnen kann ich damit reduzieren also ich habe mein klimaziel erreicht die anderen sind gesessen bist du narrisch das geht ja nicht man dürfen nur nutztiere und keine wildtiere rechnen also eine riesen debatte ist entstanden aber man sieht also man könnte da einiges machen aber das war 2010 also vor zehn jahren also nicht im vorigen jahrhundert und wichtig ist vielleicht die frage zu stellen wie viele tiere essen wir so wie ich sagen muss wie viel darf auf dieser fläche stehen wir haben so und so viele quadratkilometer weidefläche wie viele tiere können auf dieser weide überleben ohne dass sie sich gegenseitig sozusagen stören oder den boden kaputt machen das ist die grundlage und da gibt es eben die möglichkeit 50 250 tiere 500 tiere oder 10.000 die auflösung ist auch ganz einfach 1000 tiere aufgelöst sieht man das natürlich im laufe des lebens verschiedene arten von tieren wie essen sind hauptsächlich hühner 945 hühner für deutschland österreich ist ungefähr so aufgeschlüsselt aber da kann man schon besser rechnen man hat ein gefühl man kann ein tier so beispielsweise mal sehen auch nicht nur irgendwie eine in plastik eingeschweißte buten brustfilet damit ja nicht irgendwie was rotes was blutiges ist oder irgendeine flachse oder ein ein fett oben ist also man sieht schon da da haben wir keinen kontakt mehr zu diesen dingen die wir essen aber dass der supermarkt macht das und sehr schön und und die werbung manipuliert uns da auch in so sehr hygienischen strukturen wichtig ist jetzt wenn man global sieht naja gut jetzt essen wir das ganze fleisch aber es gibt nicht den ganzen planeten und das haben wir schon vorher gesehen palmen sieht man von welt aus man sieht aber auch natürlich in südamerika jedes jahr sind tausend also hunderttausend brände die für den außerirdischen von außen blicken auf die erde sichtbar sind und da muss man sagen ja warum brennt es da sind die brasilianer oder die argentiner oder die im paraguay komplett blöd oder warum zündelt die so viel herum und da muss man sagen naja das ist eigentlich nicht unbedingt weil die dort so dumm sind sondern die produzieren für uns sehr viele landwirtschaftliche produkte unter anderem im säuer als futtermittel dass wir nach europa bringen oder die für unsere europa hin damit sie geld verdienen billig natürlich das ist bolivien ja das ist noch einmal porno die palmöblendage also ein paar so eindrücke von oben und wenn man jetzt in österreich zurückblick wir diskutieren die sachen oft ganz anders nicht man sieht da 1900 aspar in niederösterreich drei felder wirtschaft die weiden sind noch vor ort man hat ja gesagt ja rund um ein kirchturm kann man sich sozusagen ernähren also das ist sozusagen der supermarkt ist rundherum und dann schauen wir 100 jahr später da ist plötzlich nichts mehr von der drei felder wirtschaft die weiden nicht vor ort sondern da sieht man die biomasse wächst bei uns beim fenster rein das ist nicht super für klimaschutz wir können jetzt da holz verheizen wir machen eine hackschnitzelanlage machen fernwärme und schon sind wir klimaschutzweltmeister umgekehrt muss man sich jetzt fragen wo sind die weiden hin das ist ja bei uns so sieht man auch die meisten hier sind in stellen die man nicht mehr einsehen darf und da ist jetzt nicht die weide in der tiefgarage von biller auch sind die österreicher nicht vegetarier worden 1900 hat jeder vielleicht zehn kilo fleisch im jahr gegessen sonntagsbraten jetzt ist man keine ahnung 65 kilo pro jahr wenn man flachsen und knoppen alles weg tut sonst sind sie 100 kilo und wie gesagt und wenn ich dann frage aber ist das so ja da gibt es auch oft sehr betroffenes geschau und also ja eigentlich jeder österreicher müsste über 80 kilo so ja essen aber das gehen heute die tiere davor bevor wir sie dann essen nur diese flächen sind nicht in österreich sondern die werden eben aus verschiedenen ländern der erde geholt und ja das sind nicht wenige tonnen und natürlich das muss man einrechnen das ist sozusagen mal die grundlage damit man diese basis rechnung macht gibt mir auch verschiedene fleischsorten und nun ist am effizientesten und so weiter das könnt ihr dann später mal anschauen und jetzt eine kleine quizfrage auch wieder weil wenn wir vom planeten rennen müssen wir uns ja auch den planeten vorstellen können und wir haben keine sensoren für das wir sind nicht aufgewachsen das kann ich schmecken das kann ich fühlen das kann ich hören sondern der planet das ist noch eine 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 sensorik so dumm und schwer das ist sozusagen ob für die religion und für alle wir müssten den gesamten planeten wahrnehmen das haben wir noch nicht gelernt also über die letzten jahrtausende sicher nicht wir können die erde erst seit 60 70 jahren von außen beobachten also deswegen sage ich mir wir sind die ersten außerirdischen und wenn man sich mal fragt wie groß ist die landwirtschaftliche nutzfläche von brasilien und dann fragt man ist es so groß wie indien ungarn oder polen also die wenigsten denken dass es indien ist dabei ist es so man schaut jetzt hier zum beispiel die karte an wo der planet flächentreu dargestellt ist eine sogenannte peters projektion die hatten auch heißen die 70er jahre also erst vor 50 jahren erfunden und die fläche von indien seht ihr da und wir sieht auch die fläche von brasilien also in dem würde ganz locker in die landwirtschaftliche nutzfläche von brasilien gehen also nutzfläche heißt einfach dort wo wirklich landwirtschaft betrieben wird wo ein acker ist wo getreide geerntet wird wo eine weide ist wo in kuh steht das ist kein urwald oder irgendeine gestetten sondern wirkliche nutzfläche und jetzt kann man sich vorstellen wenn die jetzt da für uns auf monokulturen riesigen flächen das billig produzieren damit schief nach europa bringen dass ein bergbau in österreich dieser produktionsweise chancenlos ist wenn dann eben ein bau eine bodenlose landwirtschaft macht das heißt er braucht nicht einmal die fläche vor ort er kauft einfach 1000 kühe und braucht aber nicht dafür 1000 hektar sondern er kauft einfach dann die futtermittel im lagerhaus und bringt sie nach hause und und schaut das schnell billiges fleisch daraus entsteht und das ist natürlich jetzt weltpolitisch gesehen gar nicht so einfach weil immer in der vergangenheit oft kriege gegeben weil wenn man im ausland sozusagen die flächen benutzt die eigentlich die eigene befolgung auch brauchen könnte für die ernährung dann ist es ein ziemlich großer konfliktstoff also in diesen ländern ist natürlich teilweise mit demokratie nicht allzu viel her nicht also man sieht es auch in brasilien bolsonaro also ein sehr sehr verrückter staatsmann der derzeit an der macht ist also da der so ähnlich oder vielleicht noch depperter wieder drum aber diese leute beherrschen dann dieses land und schauen dass die wirtschaft sozusagen die richtig arbeitet für seine eigenen interessen die schweiz hat geschrieben die schweiz nutzt für die tierfütterung aus und ackerflächen die etwas so groß sind wie das in der schweiz verfügbare ackerland selber also die schweiz ist ein sehr reiches land die können sich das leisten die gerne supermarkt und franken ist sehr sehr gut von den devisen her also die haben kein problem fleisch zu kaufen aber eben die schweiz auch ein alpenland so geologisch geomorphologisch wie die alpen also viele steine wenig ackerflächen und natürlich müssen dann die flächen außerhalb von der schweiz sein und das ist nur ich auf dauer gesehen auf global gesehen gar nicht so gut ja wichtig ist für mich einfach diese art von werbung sie ist dies sehr ehrlich da ist kein schmäh dahinter bio ist ein sehr geschütztes gültesiegel das einzige gültesiegel was gesetzlich geschützt ist das ist wichtig weil da kann nicht einer betrügen und sagen ja du so wie auf bio wäre sondern hier kann ein richter eine verurteilen sagt du hast betrogen du kriegst eine strafe aber wichtig ist der spruch weil wir trinken was sie ist und das ist so dass in regeln ist okay wenn eine kuh auf der wiese steht und die kräuter ist dann wird das verarbeitet und geht in die milch auch als nährstoffe rein dass wir trinken was sie ist in der maßnahme da weist man ja das ist eine mischung aus palmöl soja fischmehl also kraftfutter das wird ganz toll wissenschaftlich untersucht wie wird am schnellsten am meisten das durch den körper gepresst und die werbung die tut dann einfach das übrige dazu damit sie ablenkt von diesen prozessen also ganz lustig ist ja vielleicht auch ein gültesiegel oder eine qualitätssiegel wenn beim salz ein ablaufdatum steht und salz aber millionen jahre haltbar ist also das ist sehr eigenartig weiß immer noch nicht warum das am 12 24 abgelaufen ist dieses siegel aber andere werbung die macht das schon geschickter zum beispiel mcdonald sagt natürlich ist wir verarbeiten 100 prozent rindfleisch aus österreich sind sogar so genetisch mutiert dass er die österreich karte schon am am körper haben aber die frage ist eben woher kommen die futtermittel reichten die aus die man österreich hat oder wird da einiges dazu gemischt und wenn man das rechentechnisch durchrechnet dann merkt man dass das mit klimaschutz alles nicht zusammenpasst da wird zum beispiel ganz böse gesagt ein fleisch aus argentinien hat 282 koma vier gramm co2 pro kilo ist ein absurder wert so was kann man gar nicht rechnen aber die werbung macht halt irgendwie so was das ist wichtig und das oberösterreichische rindfleisch ist 0,7 das ist ja fast romantisch gut für klimaschutz pro kilo weil das ist nur die die fahrt zum schlachthof ist irgendwie eingerechnet worden und jetzt machen wir das gedankenexperiment was sehr wichtig ist wir nehmen an wie viel säuer also da müssen ja ein schiff nach dem anderen von brasilien über den atlantik nach europa also die von der dort schon mit dem auto bis zu einem hafen dann wird es auf das schiff geladen dann wird es entladen dann wird es mit lkws oder mit zügen durch europa geschickt dann fährt der bauern ins lagerhaus und die pointe ist ja nicht soja hat ja auch ein gewicht und die musste das x fache an soja dem tier rein füttern damit ein kilo fleisch rauskommt das hat ich für riesige tonnen und kilo 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 über dem halben erdball damit ich hier ein kilo fleisch mache also klimaschutz mäßig wäre es eigentlich besser ich schlachte das tier gleich in brasilien und mit einer kühlkette überschiff bringen in österreich ist das wahrscheinlich fürs klima besser als für die futtermittel um den halben erdball weiter man muss sich das eben verdichten weil ihr die rohstoffe hier transportieren und es gibt halt die werbung die sind teilweise schaut euch das wirklich im supermarkt anders einmal konzentriert werbungen anschaut ein höhepunkt bei letzter zeit also eierschwammerl aus österreich ursprung bulgaren serben also ganz eine tolle sache und ein höhepunkt das weil wir im grund der steiermark sind das war das haifischsteck von mit bauernhof garantie das hat es auch gegeben oder dieser haifisch ist eigentlich nie gefunden worden also der swimming pool wo dieser haifisch ist also sie nehmen auf der suche aber ich glaube das war auch ein schmäh und wichtig ist einfach dass man sieht wo wird energie verbraucht also ich kann jetzt nicht sagen ja der ist gut und böse man muss ein ganzes system anschauen und es ist ein bisschen komplexer da sind viele parameter ist in der mathematik weißt du das also wenn du mehrere parameter sind dann ist die gleichung ein bisschen schwieriger eins und eins ist zwei okay aber viele die werbung machen ja diese taktik und wenn man hier sieht dass die landwirtschaft hauptsächlich an den emissionen schuld ist 50 prozent und zum beispiel der transport ist nur mit vier prozent beteiligt aber wenn ich der völker eine umfrage machen würde würde jeder sagen ja der transport ist so klimaschädlich dessen kaufen wir nur in der region aber wenn in der region sozusagen eine landwirtschaft herrscht die das futtermittel zuerst aus brasilien holt wie soll ich das dann irgendwie regional sein das kann ich nicht da ist ein rechenfehler die 500.000 tonnen für österreich die kommen wirklich nach österreich das sind irgendwie hier nur versteckt lustig ist ja auch das ist da werner bruck aus bluma den kenne ich als 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 jugendlicher oder wir sind ungefähr gleich alt er ist halt von der landwirtschaftskammer letzte woche war tag der apfel und das war auch sehr spannend weil er hat dann gesagt naja die apfelsäfte im tetrapark kommen zu 80 prozent aus dem ausland also wir wissen nicht das konzentrat eine tetrapark ist ja nichts anderes als ein sirup mit wasser aufgeschwemmt zuerst wird ein sirup gemacht ob das jetzt orange so oft aus brasilien ist die wird eben als sirup fährt da ein schiff rüber tiefgefroren und das wird halt bei barbe oder bei rauch mit wasser aufgeschwemmt und dann in eine tetrapark eingepackt und dann schaut man im supermarkt an wie viel tetrapark das gibt und im endeffekt geht es darum um den sirup bei normalen steirischen apfelsaft der in einer flasche ist und da steht oben dass er biogüte sich was oben da ist kein betrug aber wenn man jetzt irgendwo sagt ich kaufe jetzt keine ahnung clever orange saft dann kann ich sagen okay danke liebe liebe chinesen ihr habt das kontrat gemacht danke liebe polen aber mit österreich hat das sicher kaum was zu tun ganz spannend ist auch ganz aktuell weil das hat mich schon ein bisschen geärgert weil das ist eine typische sache dass der genau diese lebensmittelindustrie dann so sportstars oder sonstige rule models verwenden um den jugendlichen einzureden wie sie toll sind die an der gasse zum beispiel ist jetzt gerade ganz frisch jetzt nicht mehr red bull sondern milchka schokolade monteles ist ein konzern der ist unglaublich reich der verdient sich dumm und deppert die tun millionen aber millionen beiträgen die werbung machen damit diese rosa rote kuh mit alpenmilch die milch ist dann für österreich aber das problem ist der kakao da gibt es nicht extreme ausbeutungsvarianten in der elfenbeinküste oder in ghana wo immer dann die kakaobohne herkommt milch heißt ja milch und kakao übersetzt aber das ist irgendwie tragisch weil die essen in wirklichkeit kaum die schokolade wie die snowboarder zum beispiel in den 90er jahren noch keine sponsorverträge gehabt haben da war in einer schülerzeitung drinnen die skifahrer haben erklärt was sie beim frühstück essen da haben die skifahrer nicht genau das gesagt was die sponsoren ihnen zuerst erwähnt haben wir kaufen das mühsel so und so und das und das also marken fixiert und die snowboarder haben damals die waren noch ganz neu und progressiv also noch keine wettbewerbskultur gehabt das waren so freigeister und die haben gesagt ja ich mache mir selber ein müsse und so und so also wirklich sozusagen gesund weil sie sich selbst mit mit dem snowboarden assoziiert haben und dann sind kommen die sponsoren und dann kommt ein marketing dazu was vielleicht nicht die gesundheit im mittelpunkt ist sondern eher der verkaufs die rendite die biobauern haben einen riesen vorteil die haben eine kreislaufwirtschaft die eben acht nimmt haben wir den boden vor ort die biobauern haben deswegen zwei drittel weniger co2 pro hektar weil sie eben nicht die futtermittel weltweit herumkarren und die stickstoff düngemittel die sozusagen die chemischen düngemittel die sind ja auch nichts anderes als wie zuerst das erdgas produziert im aber bosch verfahren wird sozusagen stickstoff in die konventionelle landwirtschaft gebracht also erdgas auf feld geschüttet und da ist natürlich auch ein drittel der energie also wenn man futtermittel und stickstoff düngemittel zusammenrechnen dann kommt ein großer energieverbrauch zustande dem der beim bioland nicht so massiv gegeben ist natürlich gibt es kleine feinheiten kann man diskutieren hier ist zum beispiel humus bodenaufbau das ist da nicht einmal drin in der rechnung also da kann man noch einige vorträge dazu machen aber nur als orientierung und sehr wichtig ist jetzt kommen wir bis zum schluss ist natürlich da ökologische fußdruck tut es das eine aber ich muss nicht auch das soziale mitdenken es kann nicht sein dass jeder mit der hand gepflückte baumwolle gibt so wie in den südstaaten mit der sklaverei denn nicht umsonst haben wir sagen aus afrika die menschen geholt damit die billig sozusagen für uns die baumwolle pflücken und dann hat man durch agent orange entlaubungsmittel erfunden da hat man drüber gesprüht also das nicht nur im vietnamkrieg eingesetzt worden ist zur entlaubung sondern auf den baumwolle damit wir ganz billige baumwolle haben die heute dann in hand m und c a und überall dann zu kaufen sind also muss dieses gleichgewicht halten zwischen ökologie und sozialen und das ist auch ein schwieriger parameter und deswegen muss ich noch eine dringende werbeeinschaltung machen die welt läden das ist ein fachgeschäft das sind nur fairtrade produkte im supermarkt gibt es in teilen fairtrade also dieses güte ist leider nicht gesetzlich geschützt also zumindest hoffen wir dass sich alle an die regeln halten aber wie auf der welt das oft so ist gibt es überall so leute die einfach mehr geld haben wollen und müssen machen oder sonst was also nicht so korrekt sind aber es ist eine gute orientierung ich frage immer schon ein bisschen blöd auch es ist schon eine sehr gemeine sache dass man überhaupt so ein siegel haben muss weil ich denke jeder bauer auf der welt ist ein guter bauern der will für seine arbeit den gerechten lohn also das sollte man nicht nur mit güte sich machen das geht es geht um arbeiterschutz gesetzes geht um gewerkschaftliche organisation das muss eigentlich sozusagen gesetzlich sein und das muss man auch der bevölkerung ganz klar sagen wenn du das kaufst wie eine milchschokolade dann bist du bei kinderarbeit 100 prozent dabei natürlich die leute sind auf schnäppchenjagd das ist die andere geschichte leider aber so ist es wichtig ist ja auch kreisläufe zu schließen es gibt ja zum beispiel auch viele bäckereien zum beispiel die kaufen dann energieeffizientere autos die können damit weniger sprit weiter fahren und die tun jetzt nicht nur lokal ausliefern okay wenn ich mit weniger aufwand weiter fahren kann dann beliefere ich auch weiter weg also ankerbrot hat zum beispiel dann von wien bis nach lienz das brot geliefert aber in wirklichkeit geht es darum sozusagen den lokalen bäcker brot ist einer der wichtigsten grundnahrungsmittel zu erhalten also jeder der ein bäcker zu hause hat so ein bitte unterstützen und auch bitten dass er bio brot macht irgendwo einkaufen irgendwelche backmischungen das ist auch zu wenig und jetzt kommen wir schnell zum einem beispiel das sehr gut einiges darstellt wenn man im kindergarten ein kind gibt dann muss man zahlen fürs essen 150 euro im monat und dann kriegt man jeden tag das essen aber man weiß ja nicht was machen die küchen machen ich das richtig und das ist sehr interessant in klagenfurt wo mein kind war da war in wirklichkeit der wahn einsatz wirklich was am mittagstisch also am teller oben ist nicht das teller und der koch und so sondern wirklich was kostet nur das was am tisch ist und da gibt sich ein sehr sonderbarer wert also das fleisch die erdäpfel der reis das sind nur 46 cent also sagen wir 50 cent ein halber euro und da merkt man hat die ware selbst das eigentlich wichtigste ist der rohstoff ist eigentlich sehr billig das geld geht dann in die andere logistik und in die küche oder sonst wo aber der bauer kriegt eigentlich relativ wenig geld wenn man so sagen darf für das was da bezahlt wird die haben alle köchinnen gekündigt in klagenfurt die das die haben hätten mehr gekostet und so haben dann catering unternehmen die lieferungen übernommen die kinder hat es nicht so gut geschmeckt die hefte haben sie weggeschmissen also da ist ein kreislauf entstanden der wirklich nicht toll war für mein kind in villach interessanterweise haben sie es anders gemacht 40 kilometer entfernt ist eine ganz andere welt die haben die köchinnen nicht gekündigt in jedem kindergarten egal im sozialviertel oder im reichenviertel überall ist die köchin im kindergarten und kocht direkt für die kinder es riecht dort man weiß wer was isst man haut deswegen kaum was weg weil man eh wenn ein kind krank ist es ist krank dann koche ich nicht extra weil ich muss ja nicht schon vorbestellen also diese dinge und es ist 70 prozent bioware die von 30 regionalen biobauern beliefert werden und die die wareneinsatz vom essen ist nur 0,64 also im endeffekt ist das 20 cent teurer also das kann sich eigentlich jeder leisten nur ist es eine intelligenzfrage wie organisiere ich mein essen und da liegt irgendwo der kernpunkt an der ganzen geschichte auch bei jedem bin ich so blöd und lauf dieser werbung nach oder denke ich einmal nach hey hoppala muss ich das geld wirklich dorthin bringen womit er mehr oder weniger verarscht und zum schluss noch eine kleine zusammenfassung wichtig ist die gesunde ernährung das sagt jeder arzt ja ein krebsforscher hat von mir referiert über menschlichen krebs wie man den vermeiden kann und der hat eigentlich das gleiche gesagt wie ich für den ganzen planeten gesunde ernährung ist natürlich logischerweise weniger zucker weniger alkohol weniger fleisch einfach wie man gesund bleibt natürlich ist der biologische landbau wichtig wegen der artenvielfalt und all diesen zusatz profiten die der biologische landbau mit sich bringt denkt nur an die bienen und so weiter gerechter handel da haben wir uns ein bisschen unterschieden natürlich beim arzt weil bei ihm war halt das rauchen und bei mir haben halt die regenwälder gebrannt also da haben wir uns irgendwie angeglichen und die regionale vermarkten ist logischerweise extrem wichtig weil durch die arbeitsplätze das sozialleben davon abhängt das ist sehr schwierig wenn ich keinen job habe und so weiter also die arbeitsplatzsicherung durch die regionale vermarkten ist auch ein wesentlicher bestandteil auch für das psychologische des menschen weil er dann sozusagen auch gesund bleibt und dann haben wir ein gesundes klima im darm und in der atmosphäre also wir sind in einem gewissen gleichgewicht wirklich sehr wichtig ist auch dass man selber kocht damit man einen kontakt zu diesen sachen hat weil es in cellophane verpackt und bestellt per telefon das bringt auch eine distanz und man hat das natürlich in vielen bereichen schon experimentell genau bewertet das könnt ihr dann anschauen eine sendung in der arit mediathek unglaublich was das für ergebene sind wenn die leute sich vernünftig ernähren also wie schnell die abnehmen wie sie sich wohler fühlen also das essen hat sehr viel mit wohlbefinden zu tun und wenn man sich nicht mit zucker und allem zudichtet dann verklebt man sich sozusagen und das ist einfach auf Dauer sehr sehr ungesund die industrie lebt natürlich davon also sind nicht dann perfekte konsumenten und da gibt es jeder profitiert natürlich kostenmäßig da brauche ich keine weltverschwörung dafür manifestieren also man sieht hier noch ganz gut wie leben wir auf dem planeten zusammen das ist die frage nicht die technische lösung e-autos und so das ist auch wichtig aber auf keinen fall die lösung für ein globales problem sondern die frage ist er muss jeder einen swimming pool zu hause besitzen oder treffen wir uns gemeinsam in einem schwimmbad und da würde jeder der normales sozialverhalten hat sagen lieber treffe ich mich im schwimmbad und um volleyball spielen also ich sitze zu hause allein beim swimming pool und versuche meine letzte botox kur zu verstecken es gibt übrigens eine neue krankheit die heißt dysphomorphie das ist leute die vom internet sitzen und die kamera macht einen nicht so schön und jetzt haben sie schon eine riesige nachfrage nach verschiedenen schönheitsdingen weil das selbstbewusstsein leidet vor lauter home office also bitte wer glaubt der ist jetzt irgendwie nicht so schön weil diese kamera eben so schlecht darstellt das ist leider so und das wird jetzt auch schon als eigene krankheit gemacht aber vielleicht sollte man einfach denken gut ich bin jetzt nicht unbedingt das model da hier am bittschirm gut am schluss noch diese schöne geschichte die ihr vielleicht dann später selber lesen solltet weil ich möchte schauen dass wir in der zeit bleiben und werde mich jetzt einfach einmal so rhetorisch verabschieden vom vortrag und sagt vielen dank dass ihr euch konzentriert habt auf meine ausführungen und ich hoffe dass wir jetzt mit guten fragen sozusagen zu einer gerechteren welt kommen ausüben 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 Vielen Dank.